Und der Laser kommt. Und wir werden jetzt gleich zusammengezogen und genohe. Denkt wie immer an NoFolz und Co. Und wenn der Boss landet, kommt direkt ein Laser. Und wieder zu den Ausgangsbrüchen. Und die nächsten Momten sind da. Der Boss springt jetzt. Wenn der Boss landet, kommt der Shrink und dann der Laser. Shrink kommt. Dot Koi Koala Stefan. Stefan hat das Kommando. Achtung Laser. Drei, zwei, eins, eins. Dot Koi Lila, Koala Grün. Rot. Dot Koi Rot, Koala Gelb. Blau. Dot Koi Lila, Koala Blau. Du Gelb. Merci. Sehr schön. Und wieder Ruhe reinbringen, der Boss springt. Der Boss springt und danach kommt direkt der Laser. Geht vom Hintersten. Und jetzt, Ranges können sich schon Richtung Gras orientieren. Gleich kommt der Overlap. Und der Overlap kommt. Und der Overlap kommt. Aus hier und die Bomben in Sicherheit. Achtung Laser. Geht durch die Gruppe. Und jetzt, wieder Ordner und den Boss aus dem Leben treten. Wir kriegen jetzt noch einmal Bomben, äh, einmal schränken gleich. Ansonsten passiert praktisch nichts. 3, 2, 1. Brink kommt jetzt. Delarion Grapefruit Zinbi. Grapefruit hat das Kommando. Und rein. Delarion Lila Zinbi Rot. Blau. Delarion Gelb Zinbi Grün. Gelb. Delarion Grün Zinbi Rot. Rot. Sehr schön. Aus hier. Und wieder schön Ordner. Und jetzt Face den Boss. Redet nochmal richtig zu. Wir könnten die Bomben sogar skippen. Wir skippen sie sogar sehr schön. Schön konzentrieren. Bei Bots müssen wir jetzt gleich spielen. Der Rest halt mit weg kann. Trample nicht die Kleinen. Dort können ich gehen in die Bomben. Gehen rein. Grün. Grün. Glieler. Blau. Doch. Und dodge schön den Mist. Wurz bitte. Und der Overlap kommt jetzt nach dem Overlap den Grapefruit und ich in die World. Und jetzt dodge die Dinger. Und jetzt dodge die Dinger. Und auf die Plätze. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Das schön auf den Ausgangspositionen sammeln. Laser geht durch die Ranges. Kickt ein Wort bitte weg. Ranges, ihr seht das Schaft bei uns. Und wir werden rangezogen. Denkt an die D-Spells und die Slowfalls. Und raus hier. Wenn der Boss landet, kommt ein Laser. Guckt wo der Laser hingeht. Hebt Dice auf und zu den Ausgangspositionen zurück. Mach. Safe. Wortkicken. Schrotten. Und die nächsten Worte hinter. Der Boss springt. Wenn der Boss jetzt landet, kommt der Shrink. Konzentrieren bei dem Shrink. Kommt hier ab. Delarion, Koala, Nephilim. Koala hat das Kommando. Drei, zwei, eins. Rein. Kann man Kräu nicht sagen, muss man anders. Delarion, Lila. Nephilim, Grün. Gelb. Delarion, Lila. Nephilim, Gelb. War kein Lila. Was habe ich? Was habe ich Rot. Nephilim, Rede. Wenn er noch wen aufregt. Delarion, Rot. Run away, little girl. Kurs, Blau. Gesus, 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 nicht vergessen. Im Leben, wenn wir noch einen BR haben, hebt Delarion auf. Be will. Wir kriegen in zehn den Overlap. Wer eine Bombe hat, zieht alles an Death-Coodons, Gesus, was auch immer ihr habt. Und rennt einfach hinter die erstbeste Wand. Wenn ihr zu dritt da steht und sterbt, ist es okay. Hauptsache, ihr kommt aus dem Lost raus. Persus und Gesus, nicht vergessen. Kommt jetzt. Wenn ihr Bomben habt, zieht alles, was ihr habt. Zurückbleiben. Wir haben es fast. Zieht, 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 zieht. Kommt, 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 kommt. Oh, mein Gott. Oh, Rollball.